Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mad Max. Im letzten Part haben wir die Bedrohung ein bisschen minimiert und ich würde sagen, wir machen heute ähnlich weiter und ein klein wenig an der Story auch weiter. So, für die Story müssen wir hinten hin. Ich würde sagen, als allererstes machen wir hier diese Vogelscheuche kaputt. Danach holen wir uns das hier und dann holen wir uns eine Karosserie. Hört sich dann an einem Plan an. So. Die Vogelscheuche sollte nicht allzu weit weg sein und ich fahr komplett dran vorbei. Also mit der Steuerung von dem Ding muss ich noch ein bisschen... Muss ich noch ein bisschen üben. Gibt es hier Schrott? Ja, hier gibt es Schrott. Den will ich natürlich haben. Ich bin seit dem Spiel übelst Schrottgeil. 10 Schrott, äh 12 Schrott plus 1 Schrott aus Blutungskraft. Ich wollte so sehr den Schrott haben und wir haben ihn auch gekriegt. Hey, was ist hier? Historisches Relikt und Schrott. Ja gut, ich weiß nicht. Lass mich verdammt leicht ablenken, aber scheißegal. Das will ich haben. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Gibt es Schrott? So, hier haben wir schon mal einen Schrott. Und irgendein historisches Relikt müsste es hier noch geben. Munitionsgürtel ist voll. Genau, wir haben ja den Black Powder Koch in der letzten Folge befreit. Wo ist das Relikt? Und seitdem jedes Mal, wenn wir die Basis betreten, wird unser Gürtel automatisch refilled. Das ist ziemlich geil, ziemlich awesome. Das ist da oben. Aber wie komme ich da hin? Ich habe die irgendwo eine Leiter gesehen. Ich nämlich nicht. Aber mit dem Springen hat der gute Max es nicht so. Ernsthaft, wie komme ich da hoch? Ich sehe hier nichts zum Klettern. Ich habe ja auch keine Luke oder ähnliches gesehen. Ja, Munitionsgürtel ist voll, klar. Geil, ich weiß, wo es ist und komme nicht dran. Ah, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht so. Ja. Okay. Das ist eine CD. Nächste Karte. Ah, Baba. Ja. Stimmt. Sicher. Total lecker. Und nahreich. Haben wir jetzt hier alles? Ich denke schon. Und das heißt für uns, wir gehen weiter. Das machen wir hier. Nein, das machen wir jetzt nicht. Theoretisch könnten wir hier direkt zum Ausgucken fahren. Wir sind nicht weit weg. Den holen wir uns noch schnell. Wir kennen uns da hinten auch ein bisschen aus. Aber dann machen wir mit der Story weiter. Und ich würde auch gerne schauen, ob ich das Auto integrieren kann. Weil es ist noch so arschlapp. Wo ist der Ausguck? Da oben. Da ist der Heißluft verloren. Und einer weniger. Da ist noch einer da drin. Und noch einer weniger. Ja, okay. Die kriegen wir auch so hin. Jump. Pass das Auto auf. Gleich mal eine auf die Fresse geben. So gehört sich das. Die neuen Freunde direkt mit einer auf die Fresse begrüßen. Und dann wissen sie gleich, vor wem sie Respekt haben sollen. Da hinten ist Schrott. Den nehmen wir gleich mit. Drei Schrott gibt es hier offensichtlich. Mh, ein bisschen Dinky-Dee. Nom, 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 nom. Hundefutter. Was ich mich ja schon die ganze Zeit frage, ist, wieso steht hier überall Hundefutter rum und nicht irgendeine andere Dose? Keine Ahnung. Es gibt ja auch anderes Dosenfleisch. Oder waren hier so viele Hundeliebhaber? Man muss nicht alles verstehen. Irgendwo hier müsste aber noch ein Schrott sein. Vollgetankt ist er. Dann schauen wir mal, ob wir hochkommen. Jo, 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 jo. Da ist Benzin. Ja, den einen Schrott, den will ich auf jeden Fall noch haben. Wie gesagt, ich bin seit dem Game mega Schrottgeil. Ich denke mal, das ist dadurch schon. So. Neue Region. Dry Gusty. Keine Angst, wir halten uns schon an die Abmachung. Okay. Super. Kümmer dich drum. Ich bleib hier unten. Äh, oben. Jeansfestung, ja. Die kennen wir. Ah, okay. Okay, okay. So viel ist jetzt gar nicht los, würde ich sagen. Da hinten ist. Da müsste noch irgendwas sein. Ja, sehe ich aber nicht. Okay, da. Da ist noch was. Da ist noch was. Da hinten eine Todesfahrt, die ich mit ganz absoluter Sicherheit nicht machen werde. Weil ich fahre schon so scheiße, ohne dass ich ein Rennen fahre. Und? Haben wir alles? Schaut doch eigentlich ganz gut aus, oder? Habe ich was übersehen? Ne, ich glaube. Ich glaube, wir haben alles. Warten die jetzt da unten auf mich? Ernsthaft? Ist euer Leben so langweilig, dass ihr jetzt da wirklich genug Zeit habt, um auf mich zu warten? Naja. Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, dann soll es so sein. Ich komme gleich raus. Ich will aber als erstes noch diesen Schrott haben. Irgendwo müsste noch Schrott sein. Hier komme ich nicht hoch. Hier hinten waren wir schon. Hier drin waren wir auch schon. Da geht es hoch. Da wird wahrscheinlich auch der letzte Schrott drin sein. Den will ich auf jeden Fall haben. Dann ist das, ist hier eine 100% Geschichte. Und alles ist gut. Ja, hätten wir noch ein bisschen Wasser. Brauchen wir aber nicht. Sind ja voll. Ha, da ist der Schrott. Den nehmen wir natürlich mit. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, schauen wir mal ganz kurz in die Werkstatt, ob wir irgendwas pimpen können. Und zwar RAM-Gitter. Ein neues RAM-Gitter. Leck mich am Arsch. 300, das ist echt teuer. Wir schauen nochmal zurück. Beim Motor wird es was geben. Erhöht hier die Beschleunigung. Nice. Felgen. Aha. Was haben wir hier? Heckstacheln. Okay. Okay. Sind schon geile Sachen. Das hier will ich auf jeden Fall haben. Das ist mir wichtig. Okay. Und dann würde ich sagen. Nehm. Was ist das hier? Auspuff. Was bringt mir der? Höchstgeschwindigkeit. Nehmen wir auch mit. Und ich glaube, dann war es das eh schon. Als nächstes würde ich sehr gerne hier den Motor verbauen. Der braucht aber 300. Na, Freunde. Kommt hier her. Okay. Wenn ihr schon aussteigt, dann... Dann will ich euch... Das natürlich nicht vergönnen, dass ihr einen auf die Fresse geht. Ja. Ich denke, das war's. Und weil ich gerne den Schrott hätte... Sprengen wir die zwei Autos noch. Sag nicht, dass wir hier nicht sprengen. Doch, geht. Es tut mir leid, Junk. Schnell. Denn wir haben ein Messer und... Patronen vergeigt. Die... Nehmen wir noch schnell mit. Und dann können wir eh schon wieder weiter. Wir fahren jetzt hier und wir fahren jetzt hierher. Nehmen wir die Abkürzung. Trinkt das was, wenn ich das Zeug kaputt mache? Trinkt das Schrott oder irgendwas? Nö, leider nicht. Leider, leider, leider nicht. Wäre zu geil gewesen. Okay. Ah, da ist wieder eine Vogelscheuste. Das lief richtig gut. Die sind fast nicht tot. Kann ich die mit? Ne, kann ich nicht. Kriege ich die von hier? Wow, wow, wow. Da hinten ist auf jeden Fall ein Sniper. Ich wundere mich, warum sie keine bessere Sicherheit haben. Da hinten war ein Sniper. Da hinten war ein Sniper. Und... Wow. Wer schießt? Ah, er schießt. So ein Arsch. Schießt er mir ja hier direkt... Schießt er mich einfach an. Aber... Naja. Ich hab ein paar Freunde von ihm gekillt. Dafür hat er auf mich geschossen. Ich denke, das ist... Das ist ganz okay. Wir sind quit. Könnten wir auch einen nehmen. Aber nicht diesmal. Ich hatte hier was anderes vor. Ich würde ja primär jetzt echt gerne... ...das Ding da hinten... Aber ich glaub wirklich, das krieg ich von hier. Ne, ne, ne. Das krieg ich so. Naja, egal. Aber wenn die alle getötet... Die würde ich auf jeden Fall gerne aufbüllen. Die Leiche wollte ich jetzt nicht um Bittmann mitziehen. Ich muss echt... ...mich besser konzentrieren. So. Sind das da hinten für welche? Die wollen Wasser, glaub ich, haben. Keine Ahnung, wo mir das was bringt, wenn ich denen Wasser gebe. So. Den Schrott nehmen wir jetzt natürlich auf jeden Fall mit. Irgendwas keucht hier. So. Und fahren hier gleich weiter. Jom, das reicht. Hinter mit dir. Auf deinem Platz. Ja, ich glaub das reicht. Das reicht, glaub ich. Stark. Ja, ich glaub die kriegen wir nicht. Ah, doch, das geht. Die holen wir auf jeden Fall runter. So. Den Schrott nehmen wir auch noch mit. Bedrohung etwas minimiert. Habt ihr gesehen, Max kann das Auto einfach so wegschieben. Das ist ziemlich awesome. Und irgendwas wollte ich jetzt hier. Ich bin ja nicht ganz umsonst hier gekommen. Ich denke fast, das ist hier oben. Ja. Auch wenn ich nicht weiß, was. Hätte ich den töten soll. Ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. So, dahin wollen wir jetzt als nächstes. Und da fahren wir jetzt auch nicht. Ohne Umwege. Wir halten jetzt für niemanden mehr an. Der pinkeln muss, muss ich jetzt verkneifen, bis wir angekommen sind. Mein North würde ich gerne mal pinkeln. Aber ich glaub, da hab ich noch ein bisschen Arbeit vor mir. Okay. Was bist du denn für einer? Ihr seid schon ganz schön komische Leute. Wartet hier in der Wüste, dass irgendein Wildfremder kommt, um euch zu vermöbeln. Darauf hätte ich ja überhaupt keinen Bock. Aber, gut. Wem's gefällt, dem gefällt's. So, die Karosserie habe ich schon gesehen. Zwei Schrott gibt's hier. Und ich denke mal, ihr meint jetzt nicht die Karosserie mit Schrott. Ach, da ist der andere Schrott. Nehmen wir natürlich auch mit. Und. Nehmen die Karosserie mit. Gut, hier irgendwo gibt es angeblich noch Informationen. Warum das jetzt hier so großartig zur Story gehört hat, weiß ich nicht. Was? Schrott? Schrott ist die Während des Ödlands und sollte nie verschwendet werden. In Chums Händen kann Schott in mächtige Verbesserung für den Blablabla Schott kann quer durchs Ödland. Okay, danke. Ist jetzt nicht so, als... Danke. Ist jetzt nicht so, als hätten wir das nicht gewusst, als wäre das jetzt hier die große Überraschung gewesen. Hier ist irgendjemand mit einer Info. Was hast du für mich für eine Info? Around here, there's only one lad brawny enough to take a serious. Stumpgrinder. Nasty doggy. Now I know for a flame and fact that he just hates flickering flames and fire. Ja, das wäre ein guter Weg, um etwas zu tun zu tun zu tun. Ihr ungesund. So, wir haben jetzt hier unsere neue Karosserie. Die hat Jump auch irgendwo eingeladen. Wohin genau, kann ich euch nicht sagen. Aber spielt hier schlussendlich auch keine Rolle. Hauptsache hat sie. Hey, da gibt's eine Leiter, die geht nach oben. Solche Leitern gibt's in der Regel nicht umsonst. Was bringt sie mir dieses Mal? Gold, Schatz. Ah, genau, hier gab's ja noch was. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Für die Schrottcrew. Auch noch was Gutes und Wichtiges. So, 100%. Nice, so soll das sein. Okay, das war jetzt ein bisschen zu tief runter. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist egal, hat nichts gemacht. Alle noch gesund und munter. Und ich würde sagen, wir schauen auf die Map. Gut. Hier haben wir schon gut was weggemacht. Hier waren wir vorher und ich glaube, ich habe irgendjemand noch umgebracht. So, was könnten wir als nächstes machen? Das haben wir schon erledigt. Gibt's was in der Nähe? Ja, fahren wir mal zu dieser Vogelscheuche. Oder war das die, wo ich mit der Sprungschanze hin musste? Ich glaube, das war die, wo ich mit der Sprungschanze hin musste. Und hier schon wieder ein Sniperino. Okay, hier ist wirklich einiges los, Leute. Da glaube ich, gehen wir jetzt noch nicht. Ich glaube, dafür sind wir noch nicht geskillt genug. Ich will eigentlich nur ein bisschen hier die Bindelung schrauben. Und zwar wieder hin. Sehr schön. Genau das wollte ich. Eine weniger. Und als nächstes werden wir Was machen wir denn als nächstes? Fragen über Fragen, Leute. Was machen wir? Was machen wir? Drei toten Köpfe. Das ist schon sehr heftig, würde ich sagen. Gibt's nichts einfacheres, was wir jetzt hier noch so schnell nebenbei machen könnten. Ja, gehen wir mal zum Rostvogel. Was soll's. Unterwegs halten wir hier kurz an und danach gehen wir zum Rostvogel. Aber den Schrott nehmen wir noch mit. Jetzt komm schon, Max. Das schaffst du. Ich hab voll das Vertrauen in dich. Er schafft es nicht. Max, du bist ein Holzkopf. So, den nehmen wir mit. Ich hoffe, das rentiert sich. Ja, zwölf. Gar nicht mal so schlecht. Und wir steigen in unsere abgrundtief hässliche Karre ein. Wir musen hier mal instant rein. Okay. Ich würde sagen, wir sprengen das Ding mal. Und weil das so lustig war, nehmen wir hier den Kollegen noch mit und killen den auch noch. So. Wo ist der Schrott? Wo ist der Schrott? Gut, dass wir die Flammen nichts machen. Wir sind feuerfest. Hier die Schrott-Crew, oder wie die heißt. Wäre echt cool. Ich glaube nämlich, wenn ich mich recht erinnere, die sammelt diesen Schrott hier direkt. Ich wollte nicht aussteigen. Und die macht das einfach. Macht das für die Einung. Aber, wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung von dem, was ich da gelesen habe. Da ist eine Leiter. Da müssen wir auf jeden Fall hoch. Und wetten wir, dass wir oben direkt eine auf die Fresse kriegen. Nicht einmal. Ich hoffe hier, das rentiert sich, dass ich hier hochkomme. Ich hoffe, ich komme überhaupt hoch. Weil das schaut hier gerade sehr nach. Ich fall gleich runter aus. Okay. Da geht es nicht weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Weg, weil irgendein fleißiger Mensch hat hier mal gelbe Markierungen gemacht. Aber irgendwie muss ich doch da hochkommen. Aber bloß wie? Fragen über Fragen. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Munition. Das ist ja schon mal was. Einschrott. Zwei-Schrott. Das war jetzt aber nicht unbedingt die Stelle, wo ich hin wollte. Eigentlich wollte ich eins höher. Dafür dahin. Hm. Ob das der richtige Weg ist, ich weiß ja nicht. Das kommt mir schon sehr spanisch vor. Aber schaut gar nicht mal verkehrt aus. Wir sind auf jeden Fall oben angekommen. Da wollte ich hin. Da kann ich dann auch runter sliden. Nice. Und noch nicht mal irgendjemand, der mir auf den Sack geht. So. Schauen wir uns mal die Übersetzung an. Mama, ich will dir ja nichts vorschreiben, aber bitte sagt John, er soll rüberkommen und sprühen. Der Befall könnte sich überall verbergen. Du musst nur einen Nachmittag raus und aus dem Haus. Bitte. Mit dieser Seuche ist echt nicht zu spaßen. Eric. Ja, die Erde wollte uns töten. Kann man es ihr verdenken? Eigentlich nicht. Ich vermute, da sollte ich nicht runterspringen. Aber dahin und dahin und alles ist bestens. Wo wollte ich hin? Ich wollte danach hier hin. Und sie nehmen die Abkürzung. Naja, geht. Ausgebauten Straße. Aber das Auto lässt sich so scheiße steuern, das von dem hier. Hunkertown. Shooter! So. Ein Snipe. Ein Spielkass. Ah, nee. Gibt es nichts mehr. Okay. Jump, springt nach hinten. Schauen wir nochmal. Die Kulturen. Ja, das ist gut. Wenn etwas bunt ist, ist es in der Regel gefährlich. Ja, das schaut wirklich gefährlich aus. Aber ich würde sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Denn heute sind wir in der Zeit, wir haben ein bisschen was erledigt und so als krönenden Abschluss würde ich sagen, schießen wir da hinten auf den Walkwire runter. Ja, put, 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 put. Nein, wir schießen nicht runter, weil wir keine Patronen haben. Machen wir beim nächsten Mal. So. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vergesst nicht die Videobewertung. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr bisher von dem Game haltet. Ob ihr gerne irgendwas anders sehen wollen würdet. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.